ARD Text im Auftrag von SWISS TXT ARD Text im Auftrag von SWISS TXT ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Yo, mein Name ist Adi Totoro und das ist ein Nägel-Nagel-neues supercooles Video! Ähm... 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 Genau, eigentlich ist das Video nur ein Video, wo ich sage, dass die Fragen in die Kommentare schreiben, will ich wieder ein... äh... Question Hell will ich wieder ein Vor- und Antwort-Video machen, das heisst, schreibt einfach irgendetwas in die Kommentare, es kann lustig sein, es kann äh... 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 Schreibt einfach irgendetwas in die Kommentare, es kann lustig sein, es kann eine Aufgabe sein, es kann eine ernste Folge sein, schreibt einfach irgendetwas in die Kommentare und damit das Video nicht ganz langweilig wird, gibt's jetzt dann noch, ähm... einen kleinen... Edit! Aber erst, müsst ihr das mal geben, schaut! Und dann würde ich sagen, Edit, let's gooo! Oh! Hahaha! Look at this dude! Oh, 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 oh! Wait till you see the f- Let's gooo- Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.